Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier schon einen riesengroßen Grünkohl, den habe ich vorhin beim Bauern geholt, frisch geerntet und sogar aus der Region dieses Mal. Ja, ich werde euch im heutigen Filmchen zeigen, wie ich diesen Grünkohl zubereite. Super Wintergemüse, voll mit guten Nährstoffen wie zum Beispiel Calcium und Kalium und auch Magnesium. Das Rezept ist eigentlich ziemlich einfach, nicht sehr aufwendig gemacht und ja, ich würde sagen, drück noch kurz den Abo-Button und dann wollen wir auch gleich starten. Der Kohl kommt ja vom Feld, wächst auf der Erde und ja, ist entsprechend natürlich ein bisschen schmutzig, das sehen wir hier ganz schön und muss gründlich, gründlich gewaschen werden. Es sei denn, du stehst natürlich auf knirschendes Zeug zwischen den Zähnen. Von daher erstmal alles schön auseinanderbrechen. Ich breche die Zweige einfach ab und im Wasser wird dann gut geschrubbt. Einfach ins Wasser werfen hilft allerdings nicht, beziehungsweise löst den Dreck nicht völlig. Als kleinen Tipp kann ich euch mit auf den Weg geben, wenn ihr die Blätter nehmt und aneinander reibt, dann rubbelt das den Dreck eigentlich ganz gut aus den Lücken und Ritzen und Ecken des Kohlblatts raus. Und am Ende ist alles schön fein sauber. Ihr seht auch, ich habe nur so ein paar Stängel reingepackt ins Waschbecken. Lieber nach und nach, dann kann man die ordentlich sauber machen, ehe das nachher doch noch irgendwie Sand oder Erde im Essen eben ist. Frisch gebadet und geplanscht wird jetzt zerkleinert. Auf dem Herd steht ein Riesentopf mit Salzwasser. Das Ganze wird gerade zum Kochen gebracht. Und ja, die Blätter sind jetzt blitzeblank. Kein Sand, keine Erde, nichts mehr in den Lücken. Und ich habe festgestellt, das Messer braucht man gar nicht. Am leichtesten geht es wirklich, indem du das Kohlblatt unten festhältst und dann den Stänger einfach rausziehst. Das Ganze zerzupft und zerteilt sich nach und zu von selber. Und ja, du siehst, das geht so super einfach. Und rucki zucki ist dieser Riesenkohl in kleine Stückchen gezupft. Ja, und ihr könnt sehen, das ist eine gewaltige Menge. Ich habe das so ein bisschen runtergedrückt, damit es in die Schüssel passt. Und ja, unterdessen ist auch das Wasser bereit. Da gehen wir jetzt gleich ran. Und hier zeige ich euch jetzt noch kurz die Stängel, denn dieser Kohl ist natürlich richtig groß und gewaltig. Aber da bleibt einiges an Masse und auch Gewicht im Endeffekt übrig. Und die Stängel, die verarbeite ich jetzt nicht weiter. Ja, das Salzwasser ist ready. Entsprechend können die vorbereiteten Kohlblätter da rein. Die werden, ja, ich sag mal so für fünf Minütchen ungefähr, ja, einmal gut durchblanchiert, bis sie ordentlich an Volumen verloren haben. Und dann geht es an die weitere Zubereitung. Nach fünf Minuten sieht das Ganze so aus. Wenn ich den Kohl runterdrücke, könnt ihr ganz gut sehen, wie viel Wasser jetzt zu sehen ist. Das war ja vorher ja überhaupt nicht so. So, fünf Minütchen haben ausgereicht und ja, jetzt kann der Kohl abgegossen werden, denn das Salzwasser brauchen wir nicht mehr. Und dann geht es mit demselben Topf weiter, aber mit anderen Zutaten. Im nächsten Schritt brauchen wir Kartoffeln. Ich habe jetzt hier 600 Gramm geschält und gewaschen. Die werden jetzt in Stücke geschnitten, ungefähr so groß wie eine Euro-Münze, würde ich sagen. Ich habe relativ grobe Stücke genommen. Wenn ihr es feiner mögt, schneidet sie etwas kleiner. Das verringert natürlich auch nochmal die Garzeit. Außerdem brauchen wir eine große Zwiebel. Die schneide ich auch in Würfel. Nicht zu grob, aber auch nicht so ganz fein. Ihr seht ja, wie ich es hier mache. Und dann geht es jetzt ran an den Topf. Im Topf starten wir mit einem guten Stück Butter. Und mit gutem Stück meine ich auch ein gutes Stück. Ja, ich sage mal, Winterküche, Wohlfühlküche muss ja auch ein bisschen was haben. Also ja, in dieser zerlassenen Butter wird jetzt die Zwiebel angedünstet. Und zu der Zwiebel kommen jetzt noch Schinkenwürfel. Ihr könnt natürlich auch fetten Speck nehmen. Aber ja, ich habe ja schon die gute Butter drin, davon ordentlich. Darum dachte ich, kann man am Speck ein kleines bisschen vielleicht sparen. Und ja, auf die Schinkenwürfel zurückgreifen. Das Ganze wird jetzt angedünstet, so lange bis die Zwiebeln glasig sind. Und dann geht es mit den Kartöffelchen weiter. So schaut es jetzt im Topf aus. Ihr seht, auf dem Topfboden hat sich einiges abgesetzt. Das sind die Röstaromen. Und ich finde, das muss auch sein. Denn das gibt dem Gericht nochmal so diesen letzten Kick. Und ja, so dieses Aroma, das macht es wirklich richtig deftig und lecker. Die Kartoffeln dürfen jetzt in den Topf das Ganze einmal durchrühren. Und dann geht es auch schon wieder an den Grünkohl. Der darf ebenfalls wieder in den Topf wandern. Sich schön muckelig mit den anderen Verbündeten da aufwärmen. Und ja, dann wird das Ganze nur noch aufgefüllt mit einem halben Liter Gemüsebrühe. Dann kommt das Deckelchen drauf. Und bei geringer Temperatur, mein Herd hat drei Stufen. Ich habe die mittlere Stufe gewählt, so anderthalb. Und ja, mit geschlossenem Deckel und auf anderthalb darf das Ganze dann 30 Minuten vor sich herköcheln. Ihr müsst nichts machen in der Zeit. Die Flüssigkeit sollte eigentlich ausreichen, dass nichts anbrennen kann. Und ja, einfach eine halbe Stunde das Ganze seinen Job machen lassen. Und dann schauen wir, wie es im Topf aussieht. Und so schaut es eine halbe Stunde später im Topf aus. Das Ganze hat sich schön eingekocht. Ich gebe jetzt Sahne dazu. 250 Milliliter. Ich habe mich hier für eine fettreduzierte Sahne entschieden. Eben wegen der Butter. Die ähnliche Begründung wie beim Speck vorhin. Aber da könnt ihr schauen, was ihr mögt. Es kann natürlich auch eine Sahnealternative genommen werden. Oder Vollfette. So, wie ihr es gerne habt und mögt. Dann wird jetzt gewürzt mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Mit dem Salz ein bisschen vorsichtig sein, wegen des Specks. Und bei mir kommen jetzt gleich noch Würste rein. Und ja, ansonsten ordentlich Pfeffer. Je nachdem, wie scharf ihr es mögt. Und Muskatnuss. Dann kommen noch zwei Esslöffel Senf dazu. Ich habe ganz normalen, mittelscharfen Senf genommen. Und ja, dann wird das Ganze noch ergänzt durch Würste. Ich habe jetzt Cabanossi-Würste bekommen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Bauchspeck nehmen, Mettenten nehmen. Was auch immer in dieser Art euch gefällt. Ihr könnt auch zum Beispiel Kassler nehmen. Und ja, das Ganze wird jetzt mit in den Topf gegeben. So ein bisschen runtergedrückt. Und ja, miteinander vermischt. Mit den anderen Zutaten vermischt. Und dann kommt nochmal der Deckel drauf. Ich reduziere die Temperatur nochmal ein Stückchen. Auf eins runter. Also auf eins von drei. Und dann darf das Ganze nochmal, ja, ich würde sagen, so 20 Minütchen vor sich her kochen. Aber wenn ihr mögt, auch gern nochmal eine halbe Stunde. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und ich sage euch, in der Küche hat es geduftet so lecker. Für mich kommt es echt nah ran an Grünkohl, wie man ihn auf dem Weihnachtsmarkt bekommt, muss ich ehrlich sagen. Die Würste dürfen jetzt raus. Und dann dicke ich das Ganze hier noch ein bisschen an. Ihr könnt natürlich weniger Sahne und weniger Brühe nehmen. Dann müsst ihr auch weniger andicken. Aber ich mag es, wenn dieses Gemüse nicht zu trocken ist und man da so ein bisschen, vielleicht so einen Hauch von Eintropfcharakter habt. Und ihr seht, ja, hier ist noch gut Flüssigkeit drin. Von daher habe ich mir zwei Teelöffel Speisestärke genommen, mit Wasser gemischt. Und das rühre ich jetzt unter und dicke das dann so lange an, bis mir die Konsistenz gefällt. Die Speisestärke gebe ich nicht in einem Schwupp rein, denn die hat natürlich eine ordentliche Wirkung und ich will ja keinen Brei. Ich möchte nur, dass es ein bisschen sämiger ist. Ja, so lange, bis die Konsistenz gefällt und dann darf angerichtet werden. Auf dem Teller angerichtet sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe die Wurst am Stück gelassen, weil sich das auf dem Thumbnail besser macht. Aber im Nachgang habe ich es noch klein geschnitten und untergerührt, weil ich das einfach angenehmer dann beim Essen finde. Ja, super sättigend, wärmend und ja, der Grünkohl ist auf jeden Fall eine absolute Nährstoffbombe und auch Vitaminbombe. Wenn ihr das Ganze vegetarisch haben möchtet, lasst das Fleisch weg. Ihr könnt den Speck weglassen, ihr könnt die Wurst weglassen. Und rein theoretisch, da habe ich allerdings keine Erfahrungswerte, rein theoretisch könnt ihr ja natürlich dann auch die Sahne noch ersetzen und ein veganes Gericht daraus machen. Wie das Geschmacksergebnis da allerdings ist, kann ich euch nicht sagen. Wir bereiten es gerne so zu. Ist auf jeden Fall deftig und für kalte Tage perfekt geeignet. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Schreibt mir euer Feedback unten in die Kommentare und wenn ihr auf Insta eure eigenen Ergebnisse veröffentlichen wollt, dann verlinkt mich gerne, denn ich bin natürlich auch neugierig, was ihr aus meinen Videos so macht. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.